Na damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Ich würde mal sagen, ohne viel bla bla drücken wir direkt wieder auf zack und weiter geht's. Ich schätze mal, ich muss mir jetzt wahrscheinlich nur... Sein heldenhafter Retter verschwand. Ich schätze mal, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die Ex-Frau vorbeikommt. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob ich Nachrichten habe. Story of my life. Keiner interessiert sich für mich. Kannst du ein bisschen Musik machen vielleicht, bis die kommt? Vielleicht hat er jetzt Lust auf Musik. Ich mach erst den Verstärker an. Ich kenn mich bei Musik nicht aus. Okay, mach mal. Komm, die Nachbarn nerven. Blues, Funk, Boss... Was ist denn Bosse? Spiel wir Bosse. Oh. Ey, nicht mal in Videospielen kann ich spielen. In echt kann ich auch kein Instrument spielen. Wahrscheinlich, wenn ich das gewinne... Ist er wahrscheinlich ein bisschen entspannter, würde ich jetzt mal raten. Es geht immer noch weiter. Okay, aber es geht. Es ist einmal auf der linken Seite und dann zweimal immer dasselbe auf der rechten. Das geht. Ich wusste gar nicht, dass Musik so einfach sein kann. Vielleicht sollte ich doch ein Instrument lernen. Super! Ja, dachte ich mir. Jetzt hätte ich wahrscheinlich nochmal spielen können, aber ich guck mal... Mach mal den Verstärker aus. Ich guck mal vielleicht, bevor sie... Nein, 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 du sollst ihn auslassen. Ich guck mal, bevor Miss Lucy vorbeikommt... Vielleicht sollte ich mich vorher mal um die dreckigen und blutigen Laken kümmern. Die habe ich doch wahrscheinlich immer noch nicht sauber gemacht, oder? Moment mal, da war irgendwas mit First Aid, das da. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So oft wie ich das gelesen habe... Ich nicht. Interessanterweise wird das Buch aber... Oh, okay, die Bettlaken sind schon sauber. Interessanterweise wird das Buch aber häufig in irgendwelchen Videospielen erwähnt. Moment mal, was konnte ich da noch machen? Kommt Lucy nicht irgendwie bald vorbei? Jetzt klingelt es wahrscheinlich gleich. Ja. Okay, komm, beeilen wir uns. Ah, ich hätte vielleicht das Bad vorher mal sauber machen können, oder irgendwie sowas. Ich hoffe, das ist sauber. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. Oh, die will jetzt bestimmt einen Drink oder so. Und ich kann hier nur Milch geben oder Leitungswasser. Ja. Was, Glas, willst du was zu trinken? Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Shit, ich dachte, sie sagte nein. Oh Gott, hoffentlich habe ich hier irgendwo was. Erhält man Gin im Kühlschrank? Ich weiß es nicht. Nee. Das ist Studentenfutter. Hier vielleicht? Das habe ich doch letztes Mal schon mitgenommen, oder? Ich will keinen Bonus. Ich muss die Flasche für sie finden. Also es war kein Studentenfutter, sondern es war halt irgendwie... Irgend so ein... Irgend so ein... Hier, Kanisteressen halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Verdammt, ich drücke immer das... Wo ist denn dieser Gin? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt sagt sie wahrscheinlich gleich, ach weißt du was, Lukas, lass es bleiben. Hä, ich finde hier keine Flasche. Ah, hier. Ah. Ob der... Sollte Gin gelb sein? Ich weiß nicht, ob man den noch trinken kann. Wobei Gin wahrscheinlich auch nicht kaputt geht. Keine Ahnung. Ich gebe ihr das Ding mal und... Die wird es schon trinken. Rein aus Höflichkeit. Danke. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber... Kann ich klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Äh, dein Nachname war... War gleich nochmal was? Lucy? Da unten steht... Was? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Das sieht aus... Hä, das ist doch ein T. T-H, oder? Oh Gott, keine Ahnung. Ist das eine von deinen Kisten? Sie sagt nichts, also schätze ich mal, es ist eine von ihr. Hieß sie nicht Lucy? Verwechsel ich das gerade mit irgendeinem anderen Spiel? Weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwo ein L gesehen habe, aber egal. Vielleicht ist Lucy auch nur die Abkürzung. Ah, da ist die andere. Ah, da ist die andere. Sorry Lucy. Mach mal hier das Fenster zurück. Okay, kann ich nicht. Jetzt macht mal ein bisschen Smalltalk. Das ist ja, die Stimmung ist hier ja angespannter als... ...wenn man das erste Mal die Schwiegereltern trifft. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich hatte gesundheitliche Probleme, aber es geht wieder. Freut mich. Hey, du fehlst mir. Wirklich. Du mir auch. Ich brauche mehr Zeit, Lukas. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Tut mir leid, ich hätte nicht... Ich gehe wieder. Dank dir für alles. Ich wusste es. Ich wusste, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich dachte mir, probiere es mal. Story of my life. Friendzone. Zu sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen, aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Ich ging zu Bett. Ich konnte nur versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringen würde. Hm. Ja, er hat schon recht. Wer weiß, was jetzt noch so passiert. Also, hätte er es nicht versucht, hätte er es vielleicht bereut. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, das wird wahrscheinlich eh nichts mit ihr. Egal, schlafen wir eine Runde. Ich wusste, dass es nicht klappt. Moment mal, meine Haustür war doch gerade offen oder habe ich das falsch gesehen? Ich meine, die Musik zeigt schon an, dass irgendwas passiert und ich glaube, ich sollte zum PC gehen, aber ich gehe erst mal zur Haustür. Ja, eben. Und der Rabe ist da. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Vielleicht. Wer weiß. Friedhof, Sporthalle, Sporthalle. Okay, die sind beide gleichzeitig. Jetzt haben wir mal ein bisschen Lukas gesehen. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal einen von denen an. Ich schätze mal, die werden eventuell trainieren. Ich sehe da im Hintergrund sowas wie ein Boxfeld. Vielleicht muss ich mich jetzt entscheiden, mit wem ich... Ach komm, wir vermöbeln Tyler, oder? Ich kann keine Frauen schlagen. Also, ich kontrolliere mal Carla. Der Autopsiebericht hatte mich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hatte er nur noch neue aufgeworfen. Lies der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hat mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum? Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Ich mach dich platt, Tyler. Ich mach dich platt. Watz' nur ab. Okay, trainieren wir doch mal. Wenn ich schon im echten Leben nicht trainiere, dann kann ich es wenigstens hier machen. Okay, das kriege ich hin. Zack, 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 zack. Zwei. Drei. Oh. Vier. Das reicht doch schon, oder? Wie viel willst du denn noch machen, Mädel? Sieben. Wahrscheinlich zehn, oder? Zehn ist eine schöne Zahl. Neun. Komm, Carla. Wir haben's gleich. Eine Übung und ich bin soweit. Bitte irgendwas, womit ihr... Irgendwas leichteres. Das sieht auch nach Kraft aus. Am Boxsack vielleicht? Soll das Aufwärmübung sein, was du da machst, Tyler? Bisschen Schatten boxen. Hier, trink mal was. Aha. Aus einer leeren Flasche trinken kann also auch plus fünf hier aufs Stresslevel geben. Gut zu wissen. Muss ich direkt im echten Leben mal versuchen. Ah, hier. Auch bitte nicht wieder. Ach, verdammt. Eins, zwei, drei, vier. Boah, das Mädchen ist fit, ey. Nicht schlecht. Sieben. Acht. Neun. Okay, das war einfacher. Okay. Das reicht. Ab in den Boxring. Na, komm mal her, Tyler. Ich mach dich platt. Kann ich nicht erst noch ein bisschen mit ihm ratschen über den Fall? Nee, kann ich nicht. Ja, hier. Sollen wir? Hey, warum so eilig? Ich wärme mich noch ein bisschen auf und dann können wir. Du Mädchen. Gucken wir mal, was ich in der Zeit noch so treiben kann. Ah. Danke, dass du mich noch hast warten lassen. Was kann ich denn jetzt außer trinken? Ah, hier. Ich könnte noch eine Übung machen. Oh, weh. Das ist übrigens gar nicht so schwer, wie es aussieht. Das habe ich auch mal versucht. Und eigentlich muss man nur gucken, dass man das Seil unten um seinen Schuh rumschlingen kann. Und dann... Okay. Das reicht. Ab in den Boxring. Ich weiß. Wahrscheinlich war ich zu schnell fertig. Ah, ich soll wahrscheinlich Tyler auch noch aufwärmen, schätze ich mal. Es ist nämlich nur wichtig, dass man unten dann so das Seil um seinen Fuß rumschlägt. Ach, ich soll... Ah. Ich soll mich auch um seine Aufwärmübungen kümmern. Okay. Du wirst sowieso verlieren. Ich werde für Carla spielen. Eins. Zwei. Drei. Mhm. Vier. Ach, ja. Fünf. Boah, ihr hört die Tasten, oder? Sieben. Oh Gott, ich kann gleich nicht mehr. Jetzt mach hin, Tyler. Oh, hey. Oh Gott. Machst du das jetzt mal? Boah. Mein. Meine Güte. Ich habe noch eine Übung und ich bin so weit. Das Problem ist, wenn man einmal bei diesem A und D durcheinander kommt, dann verliert man sofort sauviel von diesem Fortschrittsbalken da. So, aber was willst du denn noch machen? Du wirst eh verlieren. Naja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fürs Boxen, aber egal. Das ist so typische Tyler-Musik. Das ist so typische Tyler-Musik. Mhm. Gott, hoffentlich muss ich das im Boxring nicht auch wieder machen. Boah. 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 Da kann ich mir das Fitnessstudio im echten Leben direkt sparen. Ich werde aber sorry, ich werde immer noch für Carla spielen. Ich hab gesagt, ich mach dich platt. Ladies and Gentlemen. Willkommen in Las Vegas am heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Meyers und der berüchtigen Carla Valentin. Komm nur her. Wagt du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel umalbare? Ja, hier im Fitnessstudio kann man es ja wohl machen. Im Fitnessstudio geht es ja wohl. Vergiss es, Tyler. Ich weiß zwar nicht, was ich machen soll, aber du wirst verlieren, mein Lieber. Oh mein Gott. Tja, mein Lieber. Lässt du dich von der Frau vermöbeln? Ey, hoffentlich muss Lukas... Hoffentlich muss Lukas nie gegen die kämpfen. Guckt euch schon mal das Mädel an. Oh, oh, jetzt habe ich was versäumt. Okay, es hat noch gereicht. Komm, wir machen ihn zu Null. Ah, zwei Fehler waren drin. Hat noch gereicht. Uuuh, okay, doch nicht zu Null. Uuuh, es hat noch gereicht. Wieder zwei Fehler, glaube ich, drin gehabt. Tja, Tyler. Er ist ganz cool, aber ich muss sagen, Color mag ich ein bisschen lieber. Ich mag die Color aus Scrubs zwar überhaupt nicht, aber die Color hier ist in Ordnung. Wahnsinn, wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Nee, weißt du was? Ganz ehrlich, reicht dir das nicht, Tyler? Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Der Restaurant-Mord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrecht dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Vielleicht. Aber ich will ihn finden. Bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Zehn Jahre. Zehn Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, der mich meiner Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Gucken wir mal. Lukas scheint vergessen zu haben, wo das Grab überhaupt ist. Hust. Hallo Markus. Schön, dass du da bist. 40 und 50 sind sie geworden. Ungefähr. Na, eigentlich 50 und 50. Ich bin nicht so gut in Mathe. Lukas? Komm schon, Lukas. Spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Lukas, kommst du? Ich habe keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem. Du spielst mit niemandem. Ich frage mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Spiel mir verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Vergiss es. Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen, wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir. Kommst du auch mit, Lukas? Oh shit. Oh oh. Ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Was jemandem Bescheid... Wo bin ich denn? Ich bin auf irgendeinem Militärstützpunkt oder so. Kannst du da drüber klettern? Ja, kannst du. Oh shit. Der wird mich sehen da hinten. Vielleicht habe ich Glück und der haut noch ab. Jemandem Bescheid sagen wird nicht funktionieren. Wieso ist der Weg sonst eingezeichnet? Oh, verflucht. An das kann ich mich aber... An das kann ich mich aber noch ein bisschen erinnern. Ich weiß, dass ich es glaube ich noch nie geschafft habe, diese Kids hier irgendwie zu retten. Aber Lukas hatte das anscheinend auch schon dann als Kind. Diese Fertigkeit hier so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Auf einem Militärstützpunkt groß zu werden, muss ganz schön eklig sein. Jetzt gucken die eigentlich alle in andere Richtungen. Jetzt müsste es eigentlich sogar klappen. Und was ich auch glaube, ist, dass dieser eingezeichnete Weg nur hier in dieser Remastered Edition von Fahrenheit drinnen ist. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Weil ich glaube, ich habe damals ziemlich lang gebraucht, dahin zu kommen. Oh, verflucht. Ach, pfui. Ah, aber... Oh, er hat sogar nach dem hier zwischengespeichert. Muss ich vielleicht näher hier dranbleiben? Keine Bewegung, oder ich schieße. Ähm... Äh, 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 äh... Aber wenn ich auf einem Militärstützpunkt wohne, dann müssen die Kids... Oder dann müssen die doch wissen, dass die Kids hier ein bisschen... Hä, wer war das denn? Ah, ich muss wahrscheinlich warten, bis der... Der Bus... Die Sicht von dem einen Soldaten da blockiert. Jetzt zum Beispiel. Komm ich da durch? Was seid ihr denn bitte für blinden Fische? Ey, wenn das unsere Bundeswehr ist, sehe ich schwarz. Genauso wie bei der Polizei mit dem Phantombild... Programm da. Dann sehe ich wirklich schwarz. Okay, jetzt schauen wir mal. Ja, komm, komm, kletterein. Lukas, was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Hä? Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich suche noch nach den anderen. Und das ist gar nicht so einfach. Weil die sind nämlich irgendwo versteckt. Anstatt, dass er jetzt ruft, muss ich die nämlich suchen. Weil ich glaube, die spielen ja gerade... Die spielen ja gerade, glaube ich, verstecken. Ich habe die nie alle gekriegt. Ich glaube, insgesamt drei Stück muss ich finden. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Das habe ich nämlich früher auch nie geschafft. Vor allem, man muss immer so in diese Ecken reinlaufen. Weil dann kommt nämlich so ein anderer Kamerawinkel. Und das sieht man von der Ansicht aus jetzt nicht. Die Leute. Ich finde keinen einzigen. Ah, hier ist einer. Was willst du denn hier, Herr Lukas? Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Los! Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Ich... Ich sag's dir doch gerade. Oh, nee. Die anderen beiden... Die anderen sind alle unten. Das heißt, ich bin an allen vorbeigelerntscht. Das packe ich nicht. Im... Im Flugzeug könnte vielleicht einer drin sein, oder? Komm ich da irgendwie rein? Oh, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, sorry, Leute, aber... Hä? Ich war früher im Verstecken immer die totale Niete. Das gibt's doch nicht. Hier hinten ist... Ah, Moment mal. Hier war irgendwo einer. So, jetzt muss ich meinen Arsch... Ab, Lukas. Du verrätst mich noch. Die Halle wird explodieren. Du musst sofort hier raus. Was soll denn der Mist? Du verschwindest gefälligst, anstatt uns das Spiel zu vermasseln. Du wirst die Halle jetzt sofort verlassen. Ich mein's ernst. Ich auch. Mist, Lukas. Du bist ein Vollidiot. Oh, shit. Jetzt muss ich abhauen. Einer ist, glaube ich, noch drin. Komm, 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 komm. Ich muss selber auch noch abhauen. Oh, 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 oh. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lukas, bist du verletzt? Nein, nur, nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich hab alles versucht, Markus. Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht, wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas, hörst du mich? Ich hab mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Ich wusste es. Ich glaube, ich hab's noch nie geschafft, da alle Kids rauszuziehen. Wahrscheinlich bin ich direkt an einem vorbeigelaufen, aber... Ach, ist halt dumm gelaufen. Ist halt dumm gelaufen. Lukas sieht mittlerweile böse aus. Der ist schon depressiv. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ganz unten bin. Bei dem Gemütszustand. Aber ich werd's hoffentlich nicht rausfinden. Und, wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen Verdächtigen. Es gibt da... sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord. Aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Es spricht einiges für einen Ritualmord oder eine mystische Trance. Die Wahl der Waffe, die Selbstverstümmelung des Mörders, die Art des Einstechens auf das Opfer durch präzise Stiche ins Herz, sieht ganz wie ein religiöses Opfer aus. Vielleicht ein Satanist oder was derartiges. Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Um das zu beurteilen, wissen wir momentan noch zu wenig. Er könnte es morgen erneut tun, vielleicht aber auch nie wieder. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Regel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Und? Wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay. Sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr und hab nur einen Gedanken. So schnell wie möglich ihr Haus. Ich weiß sehr wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Ich musste es versuchen. Naja, das ist der Platzangst, aber wurscht. Ich muss die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und gehe so lang ohne stehen zu bleiben. Weiter, bis ich den Computerterminal fähre. Genau. Das ist der Platzangst, aber völlig egal, ob du sie ignorierst. Genauso wie der Höhlenangst und der Flugangst. Das ist der völlig egal. Ach, daran erinnere ich mich noch. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Was? Ich sehe da was rot leuchten. Ist das nicht der? Ach ja, fürs Licht. Ach, ich bin jetzt in First Person. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Boah, ist das peinlich. Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Komm, wir probieren es nochmal. Ich habe die Anzeige unten gesehen, aber ich war ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, was ich machen sollte. Okay, also. Zuallererst, es geht jetzt in First Person. Ah! Wenn ich A und D ganz schnell drücken würde, dann geht der Zeiger sozusagen nach links. Und wenn ich es ganz gleichmäßig mache, dann bleibt er in der Mitte. Okay, okay. So gefällt mir das A und D drücken um einiges besser. Weil das vorher in einem Fitnessstudio... Mann, Mann, Mann. Da hinten ist das Computer Terminal. Wenn ich raten müsste, ist wahrscheinlich hinter irgendeinem von diesen... Ach, hier ist zu. Hinter irgendeinem von diesen Dingern ist wahrscheinlich noch eine Karte versteckt. Aber... Ich war nie so der... Achievement Hunter, sage ich mal. Außer vielleicht in Online-Spielen. Aber so ein Singleplayer-Spielen ist mir das jetzt nicht so wichtig. Ach, das mit diesen staubigen Keller-Archiven kenne ich. Da ist der Archiv-Terminal. Hier kann ich die Datei ansehen. Die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet. Der Fall Kirsten ereignete sich in den 90er Jahren. Dürfte schon zu finden sein. Naja, die 90er Jahre dauern lang. Moment mal. Woher weiß sie denn, dass der Fall Kirsten in den 90er Jahren war? Habe ich da was verpasst? Der Terminal geht nicht an. Da muss es sicher einen Schalter geben. Ehrlich jetzt? Oh Mann. Genau, 90er Jahre bin ich hier nämlich falsch. Aber irgendwo da hinten wird wohl ein Schalter sein. Ey, typisches... Typisches Kellerarchiv. Alles ist kaputt. Irgend... Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe alles unter Kontrolle. Keine Sorge, Carla. Ich bin bei dir. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das war schon richtig, Carla. Keine Sorge, ich bin bei dir. Das kriegen wir hin. So, es ist hier der... Der Schalter... Nö. Kein Problem. Aha. Was ist das denn bitte für eine Fehlkonstruktion? Dass der Schalter für den Computer irgendwo ganz in der Ecke versteckt ist. Naja. Puh, das war knapp. Jetzt hätte ich das fast übersehen. Also wenn ich die ganze Zeit nichts drücken würde, dann würde dieser... Würde der Slider so ganz langsam nach rechts gehen. Aber wenn ich da ganz schnell A und D drücke, dann komme ich ganz schnell wieder nach oben. Und wenn der zu weit links ist, muss ich einfach ein bisschen warten. Wetten, wir hätten irgendwo ganz da hinten, aber das da hinten waren schon die 2000er. Das ist zu weit. Ach so, ich muss erst die Datei finden und dann hier... Schaut mal. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch... Jetzt muss ich nur noch... Jetzt muss ich nur noch... Alles gut, Carla. Gut, ich weiß nicht, wie schlimm Platzangst ist, da ich keine habe. Flugangst auch nicht, Höhenangst auch nicht. Aber das ist schon wahrscheinlich ganz schön eklig, schätze ich mal. Das ist sowieso das Falsche. Ich muss mit Sicherheit irgendwas nach links und rechts schieben. Das ist mit Sicherheit nicht das Erste, was ich in die Hand kriege. Hm, nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein. Ach. Man müsste eigentlich nur gucken, wo es am schwierigsten wäre, ranzukommen. Also, am schwierigsten wäre es... Es muss entweder das linke oder das rechte sein. Videospiellogik. Das Quest-Item ist nie in plain sight, sag ich mal. Probieren wir mal das hier. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Ob das Ja stimmt. Das höre ich jetzt schon zum hundertsten Mal. Es kann sein, dass ich von Anfang an nicht gescheit auf die Jahreszahlen geguckt habe. Aber ich laufe hier schon ein paar Minuten rum und versuche hier das richtige Band zu finden. Das müsste es sein. Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rauswinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und gerieten das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Ich kann euch nur eins sagen. Ich habe da unten jetzt Ewigkeiten gesucht. Ich glaube, ich habe von Anfang an einfach nicht auf die Jahreszahlen geachtet. Aber ich bin da unten jetzt. Wahrscheinlich hat es für euch nicht so lange gedauert, weil ich es wahrscheinlich rausgeschnitten habe. Aber ich bin da unten jetzt eine Viertelstunde durch diese Gänge geirrt und habe alle Bücher überprüft. Oh weh. Tun wir einfach mal so, als hätte ich es direkt mit dem ersten Mal erwischt, würde ich sagen. Tyler darf dann in der nächsten Runde mal diesen Takeo befragen, ob der vielleicht wegen dem Buch irgendwas rausfinden kann. Weil vielleicht hat sie ja der Täter, also Lukas, von hier ausgeliehen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas rausfinden. Aber erst in der nächsten Runde, nach dem Jahreszahlen-Debakel, brauche ich jetzt erstmal, ihr wisst schon, eine Pause. Hust. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder, meine lieben Leute. Und bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.